warte jeder Freund hat seine Lieblingskarte für ihn aber auch Sachen die er nicht so gerne macht das gleich gilt für jede Freundin mitdenke ich auch nicht ins Trip Club ich bin wo knarren viele deiner Freunde werden dir bestimmt gefallen tun sofern sie dich genug mögen doch Gott wie viel noch ein Waffenlieferung zum Beispiel oder das Beschaffen von Bomben die dir helfen schwer erreichbare Ziele zu erledigen ich die 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 nja aber jetzt kommen wir nicht das erste Welt jawohl Ja. Aber alles ist neu. Ja, ich bin ein bisschen obsessed mit cleanliness. Things get on my nerves, und ich einfach sie raus. OCD oder so? Oh. So, woher du mich gehst? Uh, du bist gut. Ich weiß nicht, ich bin neu hier. Ich dachte, dass wir vielleicht nach der... Funfair. Ja, großartig. Let's go. Ich liebe die Funfair. Wir nennen es hier, um, Carnival. Das ist ein bisschen anders. Uh, woop-dee-doo. Ja, Markt. Du bist so laut! na gut die sichtempfindlichkeit von gta finde ich jetzt nicht so cool aber ja hallo halt ist es jetzt ist das ganz andere da ist der Jahrmarkt Gipstorf komm, tschot, das ist riskierend mit vollem Absurd ja, das ist der Carnival nicht mehr in diesem Jahr ich weiß nicht, ob wir die Sicherheitsregulationen passen Wie kommt er auf die Handmarkt? Komm Michelle, du gehst jetzt mit mir und du gehst mit mir in Bohlen! Du sagst du mir BITCH! Oh, der Midwest. Du kennst wahrscheinlich mehr Menschen hier als ich. Mehr A-Souls, vielleicht. Na, was geht ab? Komm, laufen wir mal ein bisschen joggeln. Dann gehen wir mal Bohlen. Ich würde sagen, wir gehen einfach an die Bahn. Nein? Achso, ja, wir müssen das. Achso, ja, hier. Mann, wenn ich bin. Ich kann mich nicht noch an die oder? Ja, das ist jetzt. Ladies first, oder? Nein, 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 nein. Oh, ja, 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 BAM. Naja. Nicht am besten. Ach, ich bin noch mal, ja. BAM, jawohl. Uh, scheiße! Ah, nee, hab ich zu rechts, nach links, wie denn. Ja, da. Ja, ja, ich hab mich zu rechts. Yeah, ich hab mich zu rechts. Das ist jetzt. Ja, okay, das ist es. Ich bin... Ah, bis gleich! WTF, okay, wir sind wieder zurück und zocken mit der... und, naja, GTA Bowling, yeah! JAWOL, STRIKE, yeah! Ich hab' wohl verkackt. Jawoll, lelelelelele! Eieieieieieiei. Komm, ich bin noch die paar Runden. Genau, du bist schlecht. Ja, wenn ihr ja kein Englisch versteht, ne, dann musst du halt den Text lesen. Und zack, jawoll, es ist ein Strike. Ich überspringe die Nummer so, falls ihr euch denkt, wieso der immer jetzt drankommt. Oh, nein. Das wäre so nice gewesen. Das wäre so nice gewesen. Danke. Okay. Weiter geht's, ob ihr seht, die Maus nicht im Bild, weil ich hab die... Of course, I'll take you home. Let's go. Ja, wieso fahren wir immer mit den Wagen? Das nervt voll. Ich freu mich schon auf GTA, fuck, 5W, yeah, man ey. Ich will auf jeden Fall Let's Play, ey. So, you don't know of many people here in Liberty City, no boyfriends or husbands or anything? Well, what do you do? Come on, let's go, 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 let's go. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, der ist hier. Oh, nein, der ist hier. Oh, nein, der ist hier. Oh, nein, ich war nur kurz kacken. Und du? Oh, nein, der ist hier. Ja! Ja, wie, ähm, hab ich schon gesagt, ne, glaub nicht. Also in GTA muss man viele verschiedene, ähm, Entscheidungen treffen. Finde ich richtig geil und, ja. Puh, 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 man, yeah, 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 bau, pfff, ja. Kann man nicht viel zu sagen, die reden auch sehr viel, also in den Cutscenes bin ich da mal leiser und ich weiß nicht, ob ihr so leiser oder so leiser Dreh einfach mal laut. Die Musik ist so chillig, echt, ich mag die Musik voll. Geil, der Meister ist ja immer im BMW. Beim dritten Date, ja, da wird's ja, wisst ihr, was passiert? Ja. Raus aus der Haslam Karre und rein in die beautiful Karre die Todes. Hardcore Musik. wollen wir die ganze nacht durchmachen doch mal gucken wir rufen wir zu rohme an rohme das ist ein spaß dir was mann du willst ein paar auf die fressen alter die mir deine kohle ich bin pleite ich habe ein herz für virtuelle menschen aber ich brauche kohle wollen soll ich jetzt kammeln kurz auch noch eine pause